Okay, ich bin wieder da, ich hab die alle ausgeschaltet. Gut, gespeichert ist. Und jetzt kommen die auch alle da vorne durch. Und jetzt nehm ich mal die fette Waffe hier, die ist richtig geil. Aber das sind jetzt keine Special Forces mehr. Die können nicht im Dunkeln sehen, deswegen bin ich klar im Vorteil. Nichts zu melden, das ist keiner von uns. Das muss Fischer sein. Kein Kontakt, kein Kontakt, wachsambleiben. Scheiße. War ganz okay. Ja, war ganz okay. Wir riechen. Küs nicht. Sieht einer von euch was? Sieht gut aus. Was sagt denn die... Mist. Da ist doch noch irgendwo einer. Keine Spur von Fischer. Vielleicht ist nur einer wegen des Stromausfalls durchgerät. Warum ist wir sicher? Komisch. Kein Fischer kann niemand. Hier ist nichts. Sei trotzdem vorsichtig. Ich bin irre. Da ist nochmal so ein Zeug. Keiner, hier ist dir hier gar nichts. Aber das irritiert mich, dass da schon wieder irgendeiner redet. Hier ist gar nichts. Da ist doch noch einer. Wir müssen gar nichts finden. Ein paar von uns sollen Colonel Reed unterstützen. Warum ist mir sicher? Mann! Das reicht, du bist tot! Wow! Ich trete dir in den Arsch! Hörst du? Viel! Ich trete dir in den Arsch! 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 Hm, okay. Jetzt sind wir alle los und können uns um die Laser kümmern. Und frohen Mutes, tausend Todes sterben. Grundgütiger, das ist das reinste Labyrinth. Um Gottes Willen. Boah. Oh, das war auch knapp. Leute, ein Speicherpunkt, bitte. Nee. Die Tür ist gesichert. Ach Gott. Oben entlang. Wie soll das jetzt gehen? Da sehe ich Rohre. Aber erst mal hinkommen zu den Rohren. Das Ding zieht mich, wenn ich jetzt da oben mich festhalte, oder? Äh. Nee. Das ist gut. Na komm. Klettern. Wow. Mann, Mann, Mann. Das war ja was. Sind wir jetzt hier durch? Ja. Und gespeichert. Fischer ist noch im Gebäude. Er läuft hier noch hoch. Wiederhole. Fischer läuft hier noch hoch. Fischer läuft hier noch hoch. Ja.